was soll das denn eben ja ich frage man nicht nach weil ich kenne die beantwortet so der mutter ist die rutsche der leute der leute und schon wieder ja ja schön bums bums vielleicht muss ich auch den schalter aktivieren und dann sprechen wir vorher ab so ach verdammt das war ja zu langsam so ist es nämlich hier irgendwie in vorschung erschienen wo man den hier auch immer braucht und den affenkäfig zu erreichen und schatten nicht laden dann bräuchte doch nicht muss ich irgendeinen twitter aktivieren die machen wir einfach hin aber bitte langsam nicht runterfallen danke so muss ich da jetzt irgendwie drauf springen oder so das habe ich ein affenkäfig aber vielleicht muss ich auch hoch nach oben hier fangen bitte fangen ja ich hab dich hey lass mich los das war doch nur spaß da hast du keinen humor was okay ich mache dir einen vorschlag wenn du mich lust jetzt habe ich eine watschung für dich na wie sieht es aus ist klar machen es einfach mal der leute der leute jetzt geht wieder los mit ihrem langsamen klatsche mario ist ja schnell es darf er umgehen na gut jetzt nicht mehr so sehr das ist wie bei leihem liam oder wie ausgesprochen wird in ternik ich habe es noch nicht gespielt ja er ist india ja ja dazu sag ich jetzt noch nichts hey baby komm schon platze denn solange baby wohl freundchen wohl freundchen wo ist der stern ist eh nix achso da ist er da na 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 nein 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 du lässt mich zufrieden du scheiß wie da 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 91 sterne und wie lange habe ich es dafür gebraucht keine ahnung wer hat mir da nicht geschrieben achso na gut der kunde den affen käfig abgestoßen bestleistung so und ich werde irgendwie so dann müssen erst machen wenn ich was soll wenn ich alle was soll wenn ich alle hasse hölle wenn ich alle sterne habe weil die rutsche die dann später kommt da wird es dann schwierig den 100 müssten stellen ein zusammeln so alle hunde raten noch blöde acht rummünzen finden ich weiß nicht gleich gesagt wo die alle sind deswegen gucke ich mal über einen nach hier war noch nicht hier geht es auch runter kommt man mal hier vielleicht ist hier irgendwo noch eine roter münze habe ich glaube nicht hier drüben gibt es auch irgendwo dann weiter nach wenn der ist täuscht zum zur kanone dann müssen auch noch später hin das wird auch nur russisch da mache ich dann lieber selbst jetzt weil ich keine lust haben wir uns runter zu fallen und den stern dazu kriegen aber ich glaube ich schon beim ersten ständen ja wenn es täuscht da und da sind schon mal oder münzen da und drei stück an der zahl kommen sammeln danke da 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 und das wird nicht leichte back da geht nicht da drüben nix toll hat sich voll belohnt ist da oben ach so ne ich dachte wären vorsprung hat sich gerade so angest und gesehen da muss man auch noch worte wieso erwischt du mich mit deinem scheiß stein heiz hier sind welche kann ich mich noch aus und die es rümer gerne an überhaupt hier ups verdammt ob hier ob dann noch oben weiter welche sind weiß ich gerade nicht ich glaube schon wenn ich alles täuscht freundchen mario und weder feste runter du bist eine auf dem platz auf dem hohen platz uns junge 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 mario verdammt ja komm geh hoch so das sollte ich nein ja gut oba nein ich wollte da hoch unschön so jetzt muss ich mal gucken da ist die siebte wo sind die achte bestimmt hier oben irgendwo war das sind ja aber sehr schlimm die versteckten nintendo war ich wenigstens nur einen auf der rutsche platziert wenn ich arschig gewesen wäre man ja gleich den war worte wieso machst du da an der kleinen ecke man schrung mario und dann bin ich im anschrung will dann machst du keine typisch so mach mal so alle oben komme ich das wo worte worte und gleich wieder runter gefallen was da so und da gehe ich jetzt ganz rüber bevor ich da eigentlich unterfalle beim springen noch ist war so tollen bekommt ne ja auch kommen springen als verkackte bild das war gerade epischer fehl des todes sind mit dem ist noch mal sammeln naja hatte ich ja gedauert hallo gumba hallo gumba hallo gumba schön dass du mich bemerkst denn du stirbst später nur denn ich bin dein tod ich bin dein sind man damit die münze ein danke wo ihn nicht von der fein das ist nicht so schwer wie es aussieht marion nicht so schwer wie es aussieht mein lieber herr klempner so danke war eigentlich hatte diesen titel und zu weit klempner zu unrecht bekommen weil er hat nur in mal woche was bisher röhren geputzt glaube ich oder ach nee in den apg ist dann ja als täuschen noch ein paar mal oder so aber ansonsten hat er irgendwie nicht aktiv in spielen röhren geputzt wo ich eigentlich der meinung der meinung bin dass mario die so viele pilze gefressen hat oder zu viel lsd geschluckt hat und die ganze sache immer nur träumt nachts genau wie er zu bauen auf das zweite ganze zeit träumt und dass einer weiß oh gott das habe ich gespoilert nein ist eigentlich irgendwann bekannt oder keine ahnung muss ich ja war eine rückquatschseite ausführen oder das brüßt ging was ich wirklich eine zweite welt neben unserer durch röhren in denen die missionsportale vorhanden sind warum auch immer verbunden und mario springe hoch auch mario mario verdammte miss kacke junge junge so und hoch da so und jetzt sterben nicht normal nein das machen wir nicht das wäre noch ein epischer fail als als sonst mache ich das jetzt richtig scheiße warum mache ich das nicht einfach so um so wo bin ich denn jetzt gelandet bitte wo ist erster stern da ist der stern waren noch bei den fischern super dem hinder mich doch knapp den einfachen sprung geschafft gut so 92 sterne keine schlechte bilanz eigentlich nur gut für zwei für eine bezeichnung von einem fahrer ist das eine schwach sehr schwach ob es auch kommen ja ja kommt da rein danke so was kommt jetzt den stern der vierte erforsche die steilwand das ist die rutsche und soweit ich mir erinnere war die gar nicht leicht da muss ich da außerdem mal gucken ob es dann ausgang geht um da irgendwie dann wieder runter kommt weil in der ds in der ds version ist da glaube ich ein gitter oder so dass man da nicht mehr wegkommt genau wie ja hier in bus big busburg man ja eigentlich zu dem stern mit der bücherei springen könnte wenn gut genug wäre machen warum machen dies wahrscheinlich sind zwei das sind kleine verkackte maulwörter für dich ansagen und ich das sind zwei kleine egal episch musik ja